Die Bilanz ist vielleicht gemischt. Es gibt sicher Fortschritte in vielen Bereichen, es gibt gute Ansätze. Die Kriminalität steigt allerdings weiterhin. Es gibt den Ansatz, die Korruption ganz massiv anzugehen. Das scheint teilweise zu gelingen. Es gibt aber auch umstrittene neue Großprojekte, die jetzt auf Wiegen und Brechen durchgewunken werden. Zum Beispiel diesen berühmten Zug, der Tren Maya, dieser Zug in der Maya-Region und andere Großprojekte, die eher umstritten sind. Also es gibt so eine gemischte Bilanz. Aber letztlich müssen wir mit dieser neuen Administration jetzt arbeiten, die nächsten sechs Jahre. Und möglichst das Beste damit zu erreichen versuchen, als Zivilgesellschaft und als soziale Bewegungen hier in Mexiko. Zeigt das vielleicht auch ein bisschen auf, wie beschränkt am Schluss eigentlich die Mittel der politischen Führung sind? Wie mächtig eben die Konzerne und zum Teil auch das organisierte Verbrechen in Mexiko tatsächlich ist? Also sind dem Präsidenten zuweilen auch ein bisschen die Hände gebunden? Ja, das ist immer die Frage. Wie viel Macht hat eine Regierung wirklich? Und wie stark können auch genau diese Konzerne oder diese ganzen Ratingfirmen auf Politik und auf Änderungen der Politik Einfluss nehmen? Und das haben wir jetzt zum Beispiel gesehen mit Pemex, mit dem großen Erdöl-Konzern, der noch staatlich ist. Und wo dann sehr schnell auch diese Ratingagenturen gewarnt haben, dass sie je nach Entwicklung sie dann auch tiefere Qualifikationen vergeben. Und das hat natürlich dann sehr schnelle Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit etc. Also der Handlungsspielraum ist schon eingeschränkt. Und zudem sind wir in Mexiko der kleine Nachbar der USA. Ja, nein, das ist natürlich immer auch ein geopolitisches, grosses Problem für Mexiko, sich da irgendwie unabhängig zu bewegen. Sprechen wir kurz über die USA. Trump hat Mexiko mit massiven Zöllen gedroht. Jetzt wurde diese Zölle vorerst abgewendet. Zu welchem Preis denn bleiben die Beziehungen zwischen Mexiko und den USA im Moment noch gut? Also der Preis dieser Verhandlung unter der eigentlich massiven Androhung dieser Strafzölle ist die Militarisierung der Südgrenze. Der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko. Die USA hat offensichtlich genug Druck auf Mexiko machen können, dass Mexiko jetzt eigentlich die neue Zivilgarde, also die neue Polizeisicherheitseinheit, die jetzt geschaffen wird zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, dass die jetzt alle in den Süden gehen müssen und nicht die organisierte Kriminalität bekämpfen, sondern Migranten jagen müssen. Also das sind die ersten 6000 Leute, die da jetzt ausgebildet werden, die aus der Militärpolizei und aus anderen Einheiten kommen, werden alle in die südlichen Bundesstaaten verlegt mit dem Zweck, dass innerhalb dieser 45 Tage, bis die Resultate des Abkommens mit den USA evaluiert werden, dass da möglichst diese Resultate erreicht werden. Mexiko spürt ja schon jetzt die harte Haltung der USA, Punkt um Migration. Es sind sehr viele Menschen aus Zentralamerika in Mexiko selber gestrandet. Mit diesen militärischen Mitteln können Leute vielleicht davon abgehalten werden, in Richtung Norden zu fliehen, also von Guatemala, von Honduras, von El Salvador. Aber die Probleme, die dort herrschen, die werden damit ja nicht gelöst. Was sind denn diese Probleme, die die Leute in die Flucht in den Norden treiben? Genau, und das war eigentlich auch die Absicht der Regierung von Andrés Manuel López Obrador, die Ursachen anzugehen und da auch die USA mit einzubinden in die Bekämpfung der Ursachen der Zwangsmigration, also der Migration, die eben nicht freiwillig mal das Glück auf der Welt sucht, sondern die halt gehen muss, weil es zu Hause nicht mehr auszuhalten ist. Und jetzt geht es leider in diese Richtung der militärischen Bekämpfung der Migration. Zu den Ursachen zählen insbesondere, das hat auch der Außenminister Mexikos Ebrar gesagt und bestätigt, Erstens gibt es politische Krisen in diesen Ländern. Also es ist nicht nur eine ökonomisch schwierige Situation, sondern auch eine politische Katastrophe in Honduras. Honduras hat eine Regierung, die wurde unterstützt von der USA. Genau vor zehn Jahren war ja der Militärputsch Ende Juni 2009 gegen die linke Regierung in Honduras. Diese Leute aus dem Militärputsch haben sich an der Macht gehalten bis heute. Es gibt täglich Demonstrationen, es gibt hunderte von Verhaftungen schon dieses Jahr. Also die Situation ist wirklich ganz, ganz, ganz schwierig in Honduras. Nicht nur wegen den Warnungen, sondern auch wegen der Regierung und der Repression im Land. Ähnlich sieht es aus in Guatemala. Auch Nicaragua war sehr schwierig letztes Jahr, wie wir wissen. Zu diesen politischen Krisen kommt dann noch hinzu, dass die Leute immer größere ökonomische Probleme haben. Und das hat zu tun damit, dass die Dürre sich ausbreitet in Zentralamerika. Dass die letzten Jahre eigentlich die Ernten meistens verdorrt sind. Und die Leute leben von der Landwirtschaft und haben einfach gemerkt, dass es nicht mehr geht an vielen Orten. Und machen sich auf den Weg in den Norden, weil ihre Lebensgrundlage nicht mehr vorhanden ist. Also Stichwort Klimawandel. Und dann kommt noch hinzu, dass diese Länder eigentlich vor allem Kaffeeländer sind. Also das Cashcrop, der einzige landwirtschaftliche Ertrag, der in Geld umgesetzt wird, neben der Subsistenzwirtschaft, ist der Kaffee. Und der Kaffeepreis ist in den letzten Monaten um die Hälfte gesunken. Also die Leute haben plötzlich einfach nur noch die Hälfte der Einnahmen aus ihrem Kaffee anbauen. Und das reicht nicht mehr für die Kosten des Kaffeeanbaus. Also das ist eine Kombination von Ursachen natürlich. Das ist immer nicht nur eine Ursache. Aber diese Kombination führt dazu, dass immer mehr Leute sich auf den Weg in den Norden machen, um dort das Glück zu versuchen. Diese unhaltbaren Zustände schreien förmlich nach Widerstand. Gibt es denn in Mexiko einen Widerstand gegen diese repressive, von den USA aufgedrückte Migrationspolitik? Ja, ja, ganz klar. Es gibt viel Diskussion im Moment zu dem Thema. Und es gibt auch viele Organisationen, die zum Thema Migration arbeiten und die Flüchtlinge begleiten. Insbesondere haben wir in diesen Tagen viel diskutiert zum Thema der zwei Aktivisten, die verhaftet wurden. Genau während den Verhandlungen mit den USA wurden Irineo Mojica und Cristobal Sanchez festgenommen mit dem Vorwurf, sie hätten Menschen geschmuggelt. Diese Verhaftung war natürlich nicht zufällig zu diesem Zeitpunkt. Es ging ganz klar darum, den USA ein Zeichen zu geben, dass sie jetzt da eine härtere Gangart einlegen. Nur waren die Vorwürfe so an den Haaren herbeigezogen. Also die beiden waren ganz klar nicht am Ort zu dem Zeitpunkt, als diese Vorwürfe von den Denunzierenden vor Gericht vorgetragen wurden. Und sie wurden jetzt letzte Nacht in einer langen ersten Verhandlungsrunde vom Haftrichter wieder freigelassen. Also es gibt keine Grundlage für diese Vorwürfe. Das heißt, wir haben näher schon eine Kriminalisierung der Verteidiger der Migranten, wie das auch in vielen anderen Ländern geschieht, die hier so langsam aber sicher zum Thema wird. Das heißt, wir haben eine Kriminalisierung der Verteidiger der Verteidiger der Verteidigerung.